So hola amigos, amigas, chikos, 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 chikas, y mujeres y hombres. Ich hab da unten mit dem feuerigen Partner gesagt, da hör auf, da ist nix mehr. Da kommt man genau wieder zu einem roten Wolfer, mehr ist es nicht. So, und dann bin ich noch mal da rauf gerannt. Das hab, weil ich nämlich das schon mal... Da war ich eh geschau mehr herum, bloß ich hab's wieder vergessen. Ich muss ja nämlich irgendwie da noch weiterkommen. Und ich glaub, da kommt der Boss. Ich hab aber überhaupt keine Ahnung, was das für Boss ist. Schau mal. Versiegelt vom Morgoth, dem Gnadenbeschirten. Aha, das ist anscheinend der Boss, den ich wohl nicht machen muss. Das ist schade. Okay, dann halt nicht. Wo wird denn der sein denn Morgoth? So. Dann tu ich etwas anderes. Ich hab nämlich festgestellt. Das ist doch ein Dinges. Gebetbuch des Assassinen. Kassinen. Boogie bitte so. So nicht, so nicht. So kannst du dabei sein. Gibt dies einen Studierenden Kleriker? Gibt dies eine... Warte, Kleriker. Der Moog auch nix mit mit Storn haben. So, jetzt. Gibt es einen Studierenden Kleriker? Gibt es einen Kleriker? Gibt es einen Kleriker? Gibt es einen Kleriker? Aber du kennst dich, der Schreiber über den Kleriker, war ein Kleriker, nicht. Gibt es einen Kleriker, der Schreiber von der Schreiber? Gibt es einen Kleriker. Gibt es einen Kleriker? Gibt es eine Kleriker. Gibt es eine Kleriker? Gibt es einen Kleriker. Gibt es einen Kleriker. Gibt es einen Kleriker. Hatte das Brennstadt. Mani, wo ist'n das Morgon? Wo ist'n der Morgon? Ich auch keine. So, ich hole'n aber... Wo ist jetzt der Geldtunnel? Da ist er, Geldtunnel. Genau. Läufe ist geschützter Heuner und Bus. So, ich hole'n das. 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 So, ich hole'n mein Damage, was ich mache. So, ich hole'n das. So, ich hole'n das. So, ich hole'n das. So, ich hole'n das heute. Das müssen wir überlegen. So, ich hole'n das. So, ich hole'n das. So, ich hole'n das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, ich weiß nicht, wie das geht. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie das ist. 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 Wie das ist. Ich weiß nicht, wie das ist. Oh, hast du gefunden, das Unalloyed Goldneedel. Wie gesagt hat, ich habe den Geheimen von Selir offenbar. Mach du. Es ist dein. Schau. Jetzt lass mich mal einen Blick auf die Niedel. Hmm, hmmm. Well, well, das ist ein Marmel, indeed. Der Arbeit eines wirkliches Artisans. Ein meticulöser, bolder Craftsman, der die Essenz der Leben versteht. Kannst du mir ein bisschen Zeit mit dieser Zeit? Wie gut gemacht wird, wird es nicht viel zu tun, wenn es in der Hälfte ist. Kannst du mir ein bisschen Zeit... Wie gut gemacht wird? Ja, nimm das halt. Geheimnis von... Was haben wir? Geheimnis von... Celilia. Da. Entzündet drei Kerzen hoch in den Thümen. Okay. Eine haben wir eh schon. Drei. Drei. Dr. Peter. Du hast es mir echt gemacht. Unweren. Drei. Da. Drei. 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 Ist das so, ne? Was ist das so, was ich hab, was ich hab, was ich hab? Was ist das? Meinst du? Aber es ist voll billiger. So. 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 So? So. Was ist das? Nein. Was? Hab ich schon... Hab ich irgendwann schon mal... Okay. Das weiß ich nicht mehr. Irgendwo in der Stadt wurde... ein Siegel gebrochen. Was? Hab ich schon... Ich hab aber... Ich hab aber da noch... noch keine Feuer entzünden. Und da hätte ich noch was. Da war ich auch noch nicht entzündet. Es geht um... Ich bin immer wieder auf dem Weg. Ich bin immer wieder auf dem Weg. Ich bin immer wieder auf dem Weg. Du, die können wir durchs, gell. Aber zurück, zurück nicht mehr. Schau dir das an. Blurige Blut Sacrament. Sorry, aber... Ich hau keine Nerven. Ohne Kasse. Ich hau keine Nerven. Und da ist das Item. Also war ich da auch noch nicht. So. Soll ich drei Flammen. Jetzt geht alles auf. Cool. Soll ich mal nicht wissen, wo... Wo ich jetzt bin. Wo ich war und wo ich noch nicht war. Nacht kommt. Jetzt bin ich fertig. Soll ich mich bei dir. Wie wird das? Also bin ich hier mal fertig. Aber jetzt bin ich direkt. Ja, okay. Jetzt bin ich gerade mal fertig. Da ist da. Es ist so ein Ajax-Burler. Und da geht's mir hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh my. Ich gebe ihn jetzt ein Boss oder wie. Ich gebe mir jetzt aber eine Markierung her, weil es uns ... ... befinde ich nicht mehr her. Das war's. Das war's. Mittlerweile kann es mir viel wie wenn ich cheaten werde. Nox-Schwert. Grummschwert-Schnitt. Schauen wir uns einfach mal an. Fliesende voran. Wow geil. Schimmerstein-Schaben. Schabenstaben. 2.50. 2.50 Weisheit. 2.50 Weisheit. 2.50 Weisheit. 2.50 Weisheit. Ah, auch die Welt. Morphid 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 Jetzt bin ich wieder da Morphid Nein, da nicht hier Vielleicht, verdammt, bin ich hier oben, oder? Ist das, ist das, oder? 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 Er ist, oder? Ist das, oder? Ist das, oder? Ist das, oder? Das, Leute, ja, wer noch da und... Ist es, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das wird eine Hausnummer, das weiß ich jetzt schon Ist da Marikas Pfahl vielleicht? Hier sind die Mischung des ZDF, 2020 Ich mache so viel Damage, da soll es zu spät sein. Ähm, da ist aber nur ein See, da glaube ich, Kirche der Seuche, da war nämlich noch so eine Mini-Boss, der wohl gesagt hat, jetzt war ein Kübiskip da. Da war ich so. Waaah! Naah, die! Oh, ach, das ist nett. Ich muss da anders treten, weil es nicht so gut geht. Sonst finde ich da nicht hin. Ich sehe bei Etis. Ja, das ist schon toll. Ich weiß. Genau. So. Ach, der fucht ist da aus. Ich begebe mich sicher, der Haffer. Ja. 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 Das war die Geschichte. So, schauen wir uns jetzt noch mehr auf die Osterhausen. Das war 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 die Osterhausen.